Willkommen zurück, neue Aufnahmen, neues Glück. So, das reimt sich sogar, cool. Also für euch war das ja die letzte Folge, für mich ist das jetzt gerade eine Woche her. Ungefähr, anderthalb Wochen. Wir haben mit dem Flugzeug abgestürzt, das war ja hier kaputt, der Fallschirm und so. Okay. Was ich gerne hätte, eine schöne Statuette. Mal gucken, wo geht's denn? Erstmal ein bisschen wieder in die Steuerung reinkommen. Ein bisschen hier rumdödeln, weil ich gerne rumdödel. Okay. Alles klar, das geht. Und hier liegt was rum. Eine silberne Inka-Figur. Die ist hässlich. Okay. Inka hatten offensichtlich öfter mal hässliche Statuetten. Ich hätte gerne eine hübsche Statuette. Hier liegt Munition, die ich nicht aufsammeln kann. Ach ja, Waffe. Hier, guck mal. Cool. Habe ich auch schon wieder voll verdrängt. Alles klar, alles klar. So. Okay, das war die falsche Taste. Kann ich denn? So gar nicht. Okay. Alles vergessen. Ich glaube, das Schloss hätte ich gar nicht aufschießen müssen, oder? Aber da lag doch schon Munition. Das war ja quasi prädestiniert dafür, Munition aufzusammeln, um das aufzuschießen. Wahrscheinlich wäre dann das Tor nicht weggeflogen. So ist es aber komplett außer Angeln geflogen. Also, ja, egal. Willkommen in meinen Gedankenwelt. Ja. Willkommen in meiner Gedankenwelt. Sepp. Bitte deutlich sprechen. Danke. Das war eine Notiz an mich selbst. Alles gut. Ich habe irgendwie so ein Bläschen an der Tunge. Sepp. 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 Hier ist Wasser, da hinten blinkert was, ne? Da liegt was. Silbernes Fischamulett. Ah, eine Statuette und Amulette. Ist da noch irgendwas? Man muss wahrscheinlich da hochklettern, ne? Da oben lang. So. sonst fällt das ganze ins wasser gut das war jetzt auch nicht sonderlich tief das gewässer ich höre doch was stimmt irgendwelche fake geräusche dabei irgendwie tiere und so und eigentlich bin ich hier vollkommen allein was kann ich hier gucken was ist das das ist aber hübsch ja moin was kann ich denn damit kann ich damit was machen wo war das denn hier kann ich damit irgendwas machen kann damit nur munition kann ich mich ist in ordnung kann ich hier hoch springen ok nason break hat nicht die sprungkraft einer lara croft haben wir das schon mal festgestellt schade ich würde gern überall hin ich weiß auch nicht also ich kann ja hier lang hier lang und ich kann da an der seite runter ich glaube dass da also das hier ist wahrscheinlich der offensichtliche weg dass ich hier hoch soll und das hier ist der nicht offensichtliche weg da kommt komme ich aber nicht mehr zurück oder ach risiko ich kann es nicht lassen ich muss das machen da geht es weiter ansonsten wäre das wohl gewesen da drüben hochklettern und hier rüberspringen oder wie ist denn oder war das eigentlich nur eine finte jetzt müsste ich glaube ich den anderen controller benutzen ich benutze nämlich gerade ein dritthersteller ich bin tatsächlich so gut wie tot wow bin ich gerade schlecht warte der erholt sich ja von selbst das ist gut bei dem spiel so hab dich verfehlt zielen ist gerade nicht so meine stärke ich bräuchte ein bisschen also ein bisschen hilfe beim zielen ich glaube das bietet dieses spiel gerade so gar nicht an und da das total willkürlich ist wo ich ich glaube ich muss den controller wechseln an der stelle hier mag das noch gehen aber es wird bestimmt noch stellen geben wo ich das etwas exzessiver brauche danke das war wohl an huch falsche deckung ach da hinten ich habe das gerade wirklich nicht gesehen ich habe nicht gesehen dass der da steht ich habe den echt nicht gesehen wirklich ich schwöre ja los geht's warum hat er jetzt die kamera so weit weggetreten richtig oh 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 nicht du da darf ich darf ich dich ko schlagen wir haben jetzt alle noch ein bisschen munition und damit bin ich dann wieder voll ausgestattet weil maximal 40 schuss ist das ist okay da ist nix halten wir auch fest schieße rein sind nicht die stärken von elfen drake und von mir gut das ist ja lustig kann ich eigentlich so stealth mäßig irgendwas na bitte und wie werfe ich überhaupt eine granate hat eine steuerung kann ich hier eine steuerung sehen ja nö ok hier kann ich nur die steuerung einstellen aber ich sehe nicht welche taste für was ist ich habe gerade die hülle mit dem handbuch nicht zur hand womit werfe ich granaten hallo ich hätte gerne ein tutorial für le granate werfe wow ich habe richtig gut gezielt leute ich habe richtig gut gezielt ok das wird bestanden bewegung 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 ah das geht aber nein meine fähigkeiten sind gut ähm ich bin von mir selbst sehr überzeugt auch wo kommt ihr denn jetzt alle her leute 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 flugzeugmann flugzeugmann das war nicht sehr effektiv ich gehe einfach hier hinten hin warte so ja da ja ja das ist gut Oh, nein. Habe ich den da hinten eigentlich schon erledigt? Nee, ne? Wow. Ich kann gerade nicht zielen. Also irgendwie... Vielleicht muss ich auch mal die Empfindlichkeit unterstellen, ne? Das wäre vielleicht hilfreich. Steuerung. Empfindlichkeit. Mache ich mal zwei Stufen runter. Oh, schon besser. Guck mal. Vielleicht hätte ich das mal früher machen sollen. Hallo? Zeckköpfchen. Ah. Ich muss trotzdem noch ein bisschen näher ran. Und bleib an einem Stock hängen. Geil. Okay. Du bist tot. Ich kriege ihn. Das war der? Der lebt noch? Ich kriege ihn. Oh, ich kriege ihn. Jetzt lebt er nicht mehr. Okay. Okay. Jetzt ist da oben noch einer. Wow. Das sind zwei. Deckung hinter einem brennbaren Fass zu suchen, ist vielleicht nicht die beste Idee, die man haben sollte. Kann tun. Mach keine Gefangenen. Au. Hey. Hla. Oh. Runter. Boat. Oh oh. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Singlet. Bewegung. Pustet ihn. Oh. Headshot? Oha. Wow. Ich bin so gut. Und fast tot. Ähm. Warum da ist so viele? Du bist ja immer noch nicht tot. Ich bin immer noch so schlecht. Ich glaube, das ist eher so ein Maustastatur-Ding, oder? So mit der Schießerei und so. Oha. Danke. Hallo? Wer bist du denn? Ist das jetzt der Letzte? Das tut morgen weh. Okay. Wow. Das ist hart peinlich. Bin ich so schlecht. Glas 우와. oks r Code. Warmade. Keine. Hahaha. Ok. Ião. Mongleben. On curious. So. I stopped.